Hallo, hier ist Gunnar Atscha, Black Ops 2. Das Spiel ist nicht Black Ops 1 und nicht Modern Warfare 3, das Spiel ist vollkommen was anderes. Ich habe Anfangsschwierigkeiten. Ich bin zwar etwas besser als Black Ops 1 und Modern Warfare 3 in der Anfangszeit, aber es wird wahrscheinlich schon noch einige Zeit dauern, bis ich zufrieden bin mit meinem Spiel, dass ich Multiplayer aufladen kann. Nun, bei Black Ops 2 gibt es unglaublich starke Spieler. Die sind um vieles besser als bei Modern Warfare 3 und Black Ops 1. Warum? Es hat League Spiele. Ich denke, diese Pro-Spieler und die Spieler, die sehr viele Wettkämpfe spielen, die gehen natürlich hier in öffentliche Spiele und wir werden geohnt. Das ist ganz klar. Doch was ich euch hier zeigen will, ist, wenn man denkt, man hätte den Gegner erwischt und trotzdem killt es einem. Das habe ich auch hin und wieder das Gefühl, darum in den Partien habe ich auch zwei Tage letzt herum geschrien. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, man, das sind bessere Spieler, man muss so nehmen, wie es ist. Aber ich habe hier trotzdem was gefunden, vielleicht hilft es euch, vielleicht hilft es auch mir. Ich muss noch schauen. Spiel suchen, reingehen. Hier habt ihr die Listen, aber ihr geht hier rechts. Unten seht ihr Sucheinstellungen. Das ist etwas sehr Interessantes. Ich weiss nicht, ob das das Spielerlebnis ändern wird. Ihr müsst es selber ausprobieren. Hier Verbindungstipp normal. Für mich das, die schnellste Internetverbindung, Balance zwischen Sucheinstellungen und Verbindungsqualität empfohlen, ist für mich auch in Ordnung. Ich habe die schnellste Internetverbindung. Also, kann ich hier nichts aussetzen, aber wenn man hier mit der linken Maustaste drauf drückt, habe ich hier beliebig und hier beste. Da frage ich mich ja schon, kann ich was erreichen durch beste? Wenn hier die beste, suchen sie nach Spiele mit der besten Verbindung. Sie benötigt dazu eine schnelle Internetverbindung. Die Suchzeit kann sich verlängern. Also, dann denke ich mir, das hat auch damit zu tun, wenn ich jemanden treffe, dass ich nicht geohnt werde. Nicht so viel, als wenn ich da normal einstellen würde. Für meine Internetverbindung. Das war also falsch, als ich gesagt hatte, als ich, wir spielten zu sechs, zu siebend auch, zu viert und zu fünft in diesen letzten zwei Tage. Und da war es so, da hatte jemand Gruppen, war Gruppenleiter und hat natürlich nicht so eine schnelle Internetverbindung. Und ich kam und sagte, und das war vollkommen falsch, kommt zu mir, weil ich die schnellere Internetverbindung habe. Ich dachte mir, das sei so ähnlich aufgebaut wie bei Modo Morpher 3. Weil dort beim Gruppenführer wird dann die Internetverbindung mehr ausgeglichen. Und das habe ich auch bei Modo Morpher 3 gemerkt. Hier hingegen ist es vollkommen etwas anderes. Da bin ich überzeugt, weil wir waren, glaube ich, zu fünft oder zu sechst. Und wir gingen auf Nuketown und da kam frei für alle. Okay, ich dachte, das geht doch nicht. Und wir wollten es austesten. Wir wählten frei für alle. Und effektiv, wir kamen rein frei für alle. Das bedeutet für mich, dass jeder seine eigene Internetverbindungen hat. Darum hier Verbindungstipp. Sollte jeder ausprobieren, was das Beste ist. Einer meiner Badis, der kommt immer sehr spät rein. Es könnte sein, dass er Vorteile hat, nicht nur wenn er reinkommt, sondern auch für sein Spiel, das bei ihm besser läuft. Weil ich nehme an, wenn er gegen jemand spielt, der eine schnelle Internetverbindung hat und er hat eine langsame, dann wird er mehr geohnt, als ihm beliebt ist. Er ist immer noch ein Superspieler, er kann immer noch, hat er Abschüsse und so weiter. Aber es könnte sein, dass wenn man hier diesen Verbindungstyp einstellt, dass auch im Spiel etwas rauskommt. Ich weiss es nicht, ich nehme es nur an. Sonst würde hier nicht sowas stehen. Ich werde auf jeden Fall dieses ausprobieren. Vielleicht werde ich immer noch gleich geohnt. Ich muss einfach besser werden. Das ist nur mit Übung, Übung und nochmals Übung und sich daran gewöhnen im Spiel. Und natürlich nehme ich auch an, Triarch wird auch gewisse Badges reinbringen. Vielleicht wird es besser oder schlechter. Ich nehme an, es wird besser. Wir werden sehen, das Spiel ist sehr, sehr jung. Also mir gefällt es, weil ich musste die Einstellung finden, ich spiele einfach, weil es mir Spass macht. Wenn ich geohnt werde, sicher regt es mich hin und wieder mal auf, aber das ist das Spiel. Versucht es? Ich werde es auch versuchen. Ihr könnt dann in den Anmerkungen oder bei mir bei PN, also Privatnachrichten auf YouTube, zurückschreiben, ob ihr irgendwelche Veränderungen feststellt im Spielerlebnis. Ich wünsche euch einen schönen und Tschüss.